Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Divinity Original Sin. Wir befinden uns noch immer in der Höhle des Trollkönigs Gungir, der da fuhren irgendwo umherlatscht. Und, naja, ich hab beschlossen, wir werden ihn zur Strecke bringen. Wo ist er denn? Unten oder? Ich glaub da, oder? Da ist er. Oh, schau mal, da ist aber noch einer. Ja, gut, die werden wir einfach zu zweit pullen. Ist mir wurscht, ich mach das jetzt. Und bevor ich meine Meinung wieder ändern tue, weil ich Schiss hab, hau ich einfach drauf. Go! Ah, hab ich in einem anderen Tuch noch gepullt. Okay, ist mir wurscht, ich hau drauf. Ja, aber der Schaden ist eigentlich eh ganz okay. Woolgrave steht sich da her. Ist das eine Mauer? Achso, ich dachte, das ist eine Mauer, dass ich sie da hinter verstecken kann. Gut, dann mach ich mich einfach mal unsichtbar. Okay. Gut, der Sheehan versucht, ihn natürlich zu betäuben. Was funktioniert hat! Nice! Hey, der kann zaubern! Auf einmal kann der zaubern! Die anderen alle haben nicht zaubern können, möchte ich dir nochmal sagen, gell? Verstärken! Schwups! Und wir hauen einfach drauf! Nein! Nein! Okay, er ist an der Reihe. Jetzt bin ich gespannt, was er drauf hat. Okay, er verstärkt sich, das ist nicht so gut. Und er macht mit Öl verschmiert. Okay, und das war's. Äh, hm. Ja, wurscht, dann hau ich einfach drauf da auf den Typen vor mir. Passt. Dann geh ich jetzt auf die Trollwache, denn beim Kung-Germ will ich dir jetzt wenig Schaden machen, wenn er so verstärkt ist. Okay, ich muss jetzt, ich muss mit dem Woolcraft jetzt was machen. Es geht nicht, dass der da immer noch... Mann, warum geht sich denn da nix aus? Ah, jetzt. Gut, dann tun wir halt bloßen. Und Gift geht sich nicht aus. Okay, ich hätte nicht in die Ölfläche reingehen. Gut, meine tausend Nadeln. Tchukitukitukitou! Und da machen wir einen Stichschaden. Versuchen einfach zu blenden. Hat nicht funktioniert. Okay. Was tut ja? Versteinert fehlgeschlagen. Haha, du Glanzwürstel. Was tust jetzt? Jetzt bist du ganz entmutigt, gell? Hm, 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 hm. Hallo? Hallo? Okay, er braucht sehr lang zum Überlegen, was er jetzt tut. Weil er merkt, dass wir jetzt einfach zu gut sind. Dass er keine Chance hat gegen uns. Ja! Hui! Gut. Nee, es bringt sie nix, wenn ich den jetzt... Ich hebe mir die Punkte auf mit dem Woolcraft. Dann versuche ich, ihn wieder zu betäuben. Miau! Schwups! Und... Wie ein Möcheln. Wie ein Möcheln. Nochmal. Und nochmal. Okay. Mann, ich frag mich grad, ob man das vielleicht anders auch lösen hätte können. Weil ich hab ihm ja jetzt einfach, ähm... Quasi einen Überraschungsangriff gemacht, auf ihm. Aber was, wenn da vielleicht irgendein Dialogkammer war hat? Ah, das war vielleicht nicht so gescheit, dass ich einfach draufgekaut hab. Hätten wir das vielleicht besser überlegen sollen? Vielleicht hätten wir nämlich nur irgendwelche nützlichen Informationen aus ihm rausgekriegt oder so. Naja, aber jetzt ist er zerspart. Immun gegen... Warum sind die immer immun gegen Gift, diese Trolle? Das verstehe ich nicht. Huah! Okay, okay, okay. Ja, Han. Mei, er ist voll arm, er kann sich nicht einmal rühren. Aber ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Wow. Gungis Morgenstern. Mystischer Erdstab, mittlerer Heiltrank ist schon mal ganz... Wow, der hat cooles Zeug dabei. Tierhaut. Hm. Goldring. Rohes Fleisch. Na, jetzt hab ich wieder so viel zum Tragen. Das gibt's doch nicht. Ich muss schon ein bisschen was aufteilen. Da ist doch geschwind. Looten! Hm. Hm. Vielfälle, viel muss ich denn noch... Was kann ich denn noch weg tun? Das ist da... Magenstern... Okay, jetzt geht's. Wenn man zu viel zum Tragen hat, kann man noch viel langsam gehen. Das finde ich nicht so gut. Ähm... Die Truhe hab ich auch schon gelootet. Und die hab ich auch schon... Ich schau jetzt einfach mal, ob ich noch irgendwo eine gute Truhe übersehen hab. Und was ich mich auch frage, ist, wo der... Der Hase hingelaufen ist. Der Timfrit. Das ist der Eingang. Ja, da ist der. Da waren wir auch schon. Leichter Goldkelch, der wird noch geschwind mitgenommen. Da ist der Goldkelch, hallo! Ja. Die hab ich auch schon gelootet. Achso, jetzt bin ich wieder da. Naja. Truhe leer. Da drüben ist dann zu dem Tinebrium gegangen. Truhe leer. Der wird auch gelootet. Okay, das war's, oder was? Na gut, Leute. Aber ich hab noch einen anderen Plan, wo wir noch hingehen können, wo wir was noch nicht erledigt haben. Und das werde ich jetzt euch gleich zeigen. So, Leute. Ich bin angekommen. Und zwar befinden wir uns da in König Boreas Schatzkammer. Wir reisen von Schatzkammer zu Schatzkammer. Ist euch das schon aufgefallen? Denn, also in Heiberheim, ihr könnt euch sich noch erinnern an den Winterkönig da. Denn wir haben da einen beschrifteten Stein, den wir damals nicht lesen haben können. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt lesen können. Ich hab echt keine Ahnung. Aber wir haben ja da das, ähm, die eine, ne, das Buch da gekriegt, wo wir jetzt auch mit den Titanen reden können. Und vielleicht können wir ja das jetzt auch lesen. Wir versuchen es einfach einmal. Ich werde es damit nur mal speichern. Denn ich weiß nicht, was passiert. Es geht nicht. Der Stein ist merkwürdig Runen verziert. Leute, wie kriege ich den Stein da? Wie kann ich das lesen? Ich mag, ich mag, ich mag da rein. Ja und, aber ich kann ja dann trotzdem den Stein aufmachen. Und warum ist das, das Teil da so weit unten? Das ist ganz komisch. Boah, ist doch cool aus. Ähm, hm. Gibt es ja vielleicht irgendwas? Schade, es funktioniert echt nicht, oder was? Jo, die sind natürlich doof, ne? Hm. Schauen wir mal, was wir noch da kennen. Die Schöne und das Biest, aber ja, keine Ahnung, wie es weitergeht. Cordelia. Nicht will ich aktivieren. Das Cordelia muss eine Methode gehabt haben, es zum Leben zu erwecken. Stimmt, das ist auch eine Tote, aber ich weiß auch nicht, was wir mit denen machen müssen. Mhm. Destilliere mein Herz. Hörschel, der Wirt in der Taverne von Jägerschneide geht der Whisky aus. Ah, den Whisky abzufüllen, könnt eure Kampffähigkeit verringern. Na, hm. Krieg der Steine, ja Gott, da wissen wir, was zu tun ist. Folg dem Zauberer. Hm. Na gut, dann würde ich sagen, wir haben übrigens auch noch die ganzen Blutsteine. Und, äh, wo sind sie denn da? Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Habe ich noch vier? Ich dachte, das waren mehr. Na gut, vier ist auch schon mal nicht schlecht. Na ja, mit den Blutsteinen. Also, jedes Mal, wenn wir einen Blutstein benutzt haben, ist irgendein neuer Raum in unserer Heimstätte offenbart worden. Jetzt haben wir gedacht, dass wir vielleicht die ganzen Blutsteine mal hernehmen. Aber, ich habe ja immer Angst, dass ich die vielleicht für irgendwas noch brauchen werde oder so. Mit dem Blutstein kann man ja Tinebrium heilen. Die Musik ist auf einmal weg, das war jetzt gerade viel komisch. Boah, das ist unheimlich. Ähm, naja, wir könnten das einfach mal ausprobieren. Wir können ja einen übrig lassen. Ich werde mal, Achtung, ich nehme das jetzt her. Zack. Geht das überhaupt? Cool, heute funktioniert ja alles super duper. Kann ich das so gar nicht benutzen? Benutzen. Ich nehme aber den wieder mit. Und wir reisen zum Ende der Zeit. Äh, wo auch immer. Da. Okay. Ich habe Gott sei Dank wieder Ton. Das war gerade viel komisch. Ja, natürlich, Zickzacks. Oh, okay, erzähl weiter, Zickzacks. Oh Gott, das ist mir schon klar. Ihr sprecht von dem Dämon, der in diesen Hallen lauert, nicht wahr? Him, it, the one who does not look quite like he used to, the one that whispered Deceit and Desire into a starter's ears. He is friend to the void and he seeks to give it Dominion once and for all. Aber bisher macht er nichts weiter, als zu reden. Und Wörter sind nicht allzu gefährlich, Zickzacks. Das ist dir schon bewusst, oder? Also dieser Ohne-Dämon, der ist also schüt an dem Ganzen, oder wie? Was wir hier sehen, in was du früher warst, dein Haus ist sicherlich real, aber der Dämon, Astarte, sie sind... Oh, er wohnt irgendwo, er muss. Es ist ein Kreatur von Blatt und Blattlust, von Lies und Stratagemmen. Ha, also will er sonst sicherlich nicht von einem Dämon verarschen, okay? Gut, wir laufen mal den Zickzacks hinterher. Da! Ist es ein neuer Raum? Zur Halle der Dunkelheit? Oh, es ist gar nicht der Zickzacks. Unterher der Dunkelheit. Zickzacks ist ziemlich besorgt, wegen euch. Warum? Wie wäre es, wenn ihr mir eure Geschichte erzählen würdet? Denn ich denke, sie ist sehr kompliziert. Warte mal, die Geschichte haben wir, glaube ich, schon gehört, oder? Warte mal, ich bin mal geschwind. Das haben wir schon mal gelie... Äh, das haben wir schon mal gedingstelt. Ne, ich klicke da jetzt ab, ich klicke da jetzt durch. Oh, ich habe ein paar Mitglieder der Wachmannschaft getroffen. Aha. 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 Oh, was? An die Wächter. Wir haben ja die Wächter weggeschickt, weil wir haben ja unsere Impffreunde nicht verraten. Und er gibt uns jetzt ein geheiligtes Buch, was er immer das geheiligte Buch kann. Ah, und deshalb verfolgen uns die Impfs da jetzt nicht mal. Ich bin schon gefragt, weil die sind uns ja immer nachgelaufen. Alles klar, ich mag das Buch lesen. Das da. Mystischer Wälzer. Hä? Hilfe? Hä, wo ist denn das jetzt? Ich habe das angelegt. Oh, das gibt mir da jetzt einen Punkt. Ja gut, dann kann ich den Eckläufer geben. Ich habe das nicht gelesen, was da drunter noch gestanden ist. Wirkt auf eure Bewegungsgeschwindigkeit. Initiative. Das ist ganz gut eigentlich. Weil ich jammert eh jetzt mal, dass ich so wenig Aktionspunkte habe. Wir gehen mal in die Halle der Dunkelheit. Ach so, das ist die da. Da waren wir doch schon. Hat sich da jetzt kein neuer Raum aufgetan? Das finde ich jetzt auch sehr unhöflich. Ah, da. Ah, mein Gott. Da ist der Zickzacks. Hey. Zur Waffenkammer. Das ist jetzt immer super. Vielleicht zeigen wir da den Dämon wieder. Okay, das schaut ziemlich cool aus. Wir haben jetzt unsere eigene Schmiede da wieder geschaut. Einmal... Hey, ich habe das Wettbewerb. Das ist jetzt ein... Hahaha Oh Gott Ja, ich auch nicht. Voll gut. Okay, an was der Schöpfung. Okay, wir schauen uns natürlich oben auch noch um. Oh, schaut's an meine Tür. Schwupps. Oh, ist nicht dein Ernst, oder? Da brauche ich wieder so Schriftrollen. Die, was so verdammt selten sind. Die haben letztens erst auch nicht verbraucht. Na gut, aber das war gut, dass ich die hergenommen habe. So sind wir in die Schatzkammer vom Kungier-Kammer. Ja, ist jetzt natürlich doof, ne? Boah, ich möchte jetzt echt wissen, was da in der, in der die Türen da drin ist. Okay, jetzt passt's auf. Da ist ein uraltes Tagebuch. Werte Freundin und Verbündete. Es konnte nicht sein, und doch war es natürlich so. Die Person, die ich heiraten wollte, ihr Kind, Alessas Kind. Es gibt vor der Vergangenheit einfach, es gibt vor der Vergangenheit einfach keinen drinnen. Erst ritt ich wagemutig in die Schlacht, mit der Hoffnung, dass das feindliche Schwert tat, wozu ich selbst nicht fähig war. Und dann wurde ich durch die Macht abgelenkt. Aber vergebens. Ich muss mir die Wahrheit selbst eingestehen, hier auf einem Blatt Papier, wie ich es fast in meinem letzten Brief getan hätte. Drei von uns stellten sich dem Drachen der Leere, und zwei von uns, darunter ich selbst, wurden vom Schrecken übermannt. Als es wirklich darauf ankam, als das Schicksal der Welt in der Schwebe war, haben wir unsere Pflicht nicht erfüllt. Sie war es, die unseren angeschlagenen Geist wieder festigte. Oh, solch eine mächtige Zauberei hatte ich noch nie zuvor gesehen. Aber die Zauberei verausgabte sie, schwächte sie, und die Leere witterte stets schwache Beute. Sie tötete Alessas, bevor wir zurückschlagen konnten. Erst dann gelang es uns, die Leere einzusperren. Wir waren siegreich und haben die Welt gerettet. Aber waren wir wirklich Helden? Nein. Wir waren im entscheidenden Moment Feiglinge. Nun kann ich nur eines tun. Wächter werden. Dies ist der einzige Weg, zu dienen und zu vergessen. Ich fühle mir sicher, ich spreche aus der Seele. Ich spreche euch aus der Seele. Ui, ui, ui. Wächter geworden. Aha. Geschichten eines Generals. Nun hat die unbekannte Frau endlich einen Namen. Alessa. Offensichtlich stellten sich ursprünglich drei Generäle dem Drachen. der Leere, aber zwei von ihnen bekamen es mit der Angst zu tun. Alessa machte ihnen wieder Mut, aber der Drache sah seine Gelegenheit gekommen und tötete Alessa. Am Ende waren die zwei überlebenden Generäle zwar siegreich, aber nun fühlen sie sich für Alessa's Tod verantwortlich. Um Reue zu zeigen, will der General ein Wächter werden. Aha. Gut, da sind nur so Waffen, aber die werde ich alle liegen lassen, denn die brauche ich eh nicht. Gibt es da noch ein Buch? Ich mag jetzt lesen. Da ist auch noch, aber da sind nur so... Du, 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 du. Brauche ich nix. Gut, dann gehen wir da noch einmal runter. Okay, Gott, da gibt es auch nix mehr. Oh Gott, dann gehen wir da wieder raus. Tagebuch wird schon wieder aktualisiert. Die Reise eines Quellenjägers. Noch eine Begegnung mit einem Sternenstein. Und wir haben wohl eine große Waffenkammer aufgesperrt, in der sich der Amboss der Schöpfung befindet. Dum dum dum. Na gut, ich würde sagen, wir benutzen einfach den Nächsten, oder? Weil ich glaube, für das sind sie auch da. Benutzen. Und es gibt gute EPs. Die Frage ist halt nur, muss ich jetzt immer raus und wieder rein porten? Ich denke mal, oder ich mache einfach so, Ende der Zeit. Ne, ich glaube, ich muss mich... Warte mal, ich probiere es mal. Ich glaube, wir müssen uns erst raus porten und dann wieder neig rein porten. Gucken wir mal. Ende der Zeit. Ja. 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 I see you found another Starstone! Jolly good of you! But I haven't been exactly idle either, for I think I may if... Ah-ha! Oh! And the void was contained in her very garden Might extend to reason that it was, in fact, the void who turned Source into such a dark... But the tapestry has been re-woven! Time has been restored! I must speculate no more! And instead we must see what new shred of our tail... Yeah, the Builder Teppich wurde weiter vervollständigt, wir schauen uns einmal an, was es zu sehen gibt. With the dragons distracted, Astarte lifted the lid of the godbox. What she saw... Was nothingness. Astarte had called forth the void dragon. Whose sole purpose was to undo all creation. Caught off guard and terrified, the guardians, sworn protectors, fled. But Astarte stood firm. She grabbed hold of the dragon and hurled it and herself into the reaches of the void. Here she battled the dragon for all eternity. For his deception, the Trife was cast out of the first creation. He fell to rivel on a monstrous creature unworthy of the realm of the gods. Since that terrible day, Source has been tainted by the presence of the void. A once beautiful power has become corrupted, and those attempting to wield it, often go mad in the process. Hmm. Ah, ja, die Geschichte hat sie... ...weite entwickelt. Wir schauen mal, was er sagt, der Bob... ...but we fled when faced with the void once more. Hmm. Hm. Wer wäre vor einem solch schrecklichen Anblick nicht davon gelaufen? Wer könnte uns dafür schon Vorwürfe machen, oder? Was für Feiglinge wir doch waren. Lasst uns beten, dass wir noch Zeit haben, unsere Fehler rückgängig zu machen. Ihr nehmt das Zweite. Woher hätten wir wissen sollen, was passiert... was passieren wird? Wir waren zu dem Zeitpunkt nichts weiter als einfache Wächter, mit Vertrauen in Astarte noch dazu. Wenn man bedenkt, dass dieses ganze Chaos durch unsere Torheit ausgelöst wurde. Woher hätten wir wissen, was... Hm. Fehlenden Fäden. Der Püllerteppich nimmt weiter Formen an. Dieses Mal haben wir erfahren, dass Astarte nicht nur die Wächter abgelenkt hat, sondern auch die Götterbüchse geöffnet und damit unwissentlich die Leere entfesselt hat. Die Wächter ergriffen die Flucht, während Astarte standhaft blieb und sich der Leere im Kampf entgegenstellte. Der Zwielichtige wurde aus dem Garten der Götter vertrieben und seitdem ist die Quelle verdorben. Wir konnten den letzten fehlenden Faden des Püllerteppichs wieder herstellen. Wir erfuhren, dass die Wächter... Okay, gut. Das ist eigentlich eh das Gleiche, was wir jetzt auch gerade gelesen haben. Wir laufen einmal geschwind zum Zickzacks. Das ist in die Richtung laufen. Da ist ein neues Tor. Hast du noch was zu sagen, Zickzacks? So. Okay, go ahead, lauf. Ich tue mal speichern. Was? Irgendwas mit Seefahrer? Hö, ist doch nicht der See, das ist das Weltall. Mit Quallen in der Luft. Boah, das schaut ziemlich cool aus. Oh! Oh mein Gott. Okay, Astarte, was ist los? Oh shit. Oh shit. Oh nein. Oh Gott, die Astarte, die heute nicht mehr lang durchging. Den Drachen der Leere. Das ist so cool. Ist das ein Händler oder nicht? Brian. Erzählt mir von euch, Brian. Okay, cool. Kann ich einen Blick auf eure Waren werfen? Was hat denn er da so? Oh, okay. Waffen. Oh, neige Tenebril und Waffen. Schaut sehr gut aus. Das werde ich mir einmal in der Aufnahmepause dann durchschauen. Wir luten da einmal. Vor allem das ist ein uralter Brief. Liebster Henry, werter Kusser und König. Es gibt erfreuliche Neuigkeiten. Die Generäle haben zugestimmt. Die göttlichen Höchstselbst werden sie zu unsterblichen Wächtern machen. Und keine lebende Kreatur wird mehr die Leere fürchten müssen. Alle Zweifel, alle Sorgen wurden aus der Welt geschafft. Jetzt, dass sie sich dieser ehrenvollen Aufgabe annehmen werden. Ein Hoch auf unsere Helden. Ein Hoch auf die Wächter. Sie werden nie vergessen werden. Nicht solange die Zeit selbst ihren wundersamen Lauf nimmt. Gezeichnet Lady Helenia, Gräfin von Lelialind. Alles klärchen. Gut. Looten. Da hinten auch noch. Okay, also wir haben gerade beschlossen, dass wir zur unsterblichen, also zur göttlichen werden. In dem Brief hier, da steht ja nur wer. Wer bist denn du? Ah, fancy finding you here. It's such a very small series of worlds after all. Der mysteriöse Fremde? Was macht der Däumer? Es ist überraschend, dass ihr mich hier findet. Welche Unternehmungen könntet ihr am Ende der Zeit haben? Und das müsst ihr ausgerechnet hier machen. Ja, es war eine Zurschaustellung von Magie, Chaos und Mysterien allen Talben, oder? In der Tat. Aber trotzdem sehne ich mich nach einem ruhigen Leben. Weit weg von all dem Irrsinn. Nee, auf keinen Fall, oder? Das sollte man glauben, aber für meinen Geschmack wird das Ganze eher Mittelmaß. Ich nehme das Erste. Hä, was willst du von mir? Was, was ist das? Der Typ ist so komisch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was der von mir will. Okay, gut. Wir gehen noch mal da runter. Schau mal, ich kann da hinten. Huh. Torium des Händlers. Warum hat sie jetzt das Tagebuch... Wir trafen am Ende der Zeit auf einen gut sortierten, interdimensionalen Händler. Wie wäre es mit einer Shopping-Tour? Hahaha, eine Shopping-Tour. Boah, das schaut so cool aus. Na gut, eine Shopping-Tour hört sich ganz gut an. Aber wir schauen jetzt da noch mal... Da ist ein großer Heiltrank. Okay, wir schauen jetzt da hinten noch mal auf sein Schiff. Mhm, mhm, mhm. Ein paar Manokisten. Okay, sonst gibt's da nix mehr. Na gut, liebe Leute, es ist wieder Zeit für eine Folgenpause. Wir haben noch zwei weitere Blutsteine, die wir benutzen werden in der nächsten Episode. Bis dahin. could you soon? D